Nimm dir Zeit für etwas Ruhe. Setze oder lege dich bequem hin und schließe die Augen. Wenn du die Augen geöffnet lassen möchtest, so schaue dir die Fotos an. Lege oder setze dich ganz bequem hin und spüre, wie deine Arme und Beine immer schwerer werden. Du spürst die Ruhe und sie tut dir gut. Atme tief ein und wieder aus. Lass den Atem einfach fließen, wie ein Fluss, ruhig und gleichmäßig. Stell dir vor, du liegst auf einer Wiese. Es ist Sommer und du spürst die Sonne auf deiner Haut. Du liegst an einem Waldrand, nahe eines Baches. Du hörst das Plätschern des Wassers. Du bist ganz alleine dort und die Ruhe tut dir gut. Du riechst die Sommerblumen, die um dich herum sind. Schmetterlinge fliegen umher. Und jeder Sonnenstrahl der Sonne auf deiner Haut tut dir sehr gut. Sie durchströmt deinen ganzen Körper. Du spürst tiefe Entspannung in dir. Du bist frei von Sorgen und Ängsten, bist gelassen und völlig ausgeglichen. Du lauscht dem Vogelzwitschern und spürst immer mehr Ruhe in dir. Ruhe und Gelassenheit durchströmen deinen ganzen Körper. Deine Arme und Beine sind immer noch ganz schwer. Sie liegen ganz schwer und locker dort, wo sie sind. Obwohl deine Beine und Arme sehr schwer sind, ist doch dein ganzer Körper leicht. So als würdest du auf einer Wolke schweben. Die Ruhe und Gelassenheit gibt dir Kraft. Kraft, die du für den nächsten Tag brauchst. Nun ist es langsam an der Zeit, zurückzukommen. Du kannst nun die Augen öffnen. Eine Faust machen. Dich ein wenig strecken und recken. Und wenn du magst, auch gähnen. Du spürst, wie du erholt bist und frisch, voller Tatendrang. Dich ein wenig strecken. du hast genuinely puesto Or Himmalt.